Äh, Fusionskraftwerk glaub ich, oder? Fusionskraftwerk Weiß ich nicht Weiß ich nicht Fusionskraftwerk ist richtig Und gutes Wetter Es ist eigentlich der Unterschied zwischen gutes Wetter und wolkenloser Himmel Da geht dich gar nix an Ich hab keine Ahnung Jetzt dachte ich nicht schon Ja, gutes Wetter sind ja noch die Raubtiere weg und bei den wolkenloser Himmel... Ah ja stimmt, bei gutes Wetter ist alles Ach so, okay, krass Das steht auch noch dran glaub ich, immer zusätzlich Raubtiere sind da Warte mal, jetzt ist, äh, Phil ist auch raus, oder? Ja, ja, sorry, das war grad nur... Ah, okay Ach Gott, Alter Trotzdem glauben doch 20%, Leute, setzt euer Geld nicht auf mich, seid ihr verrückt, ey Nein, das macht dir gut so Erst im Klopf, Google Eigentlich müsstest du jetzt doppelte Coins machen, wenn du gewinnst, ey Einfach nur, weil alles gegen dich spricht Vor allem, du musst immer überlegen Ihr habt auch noch Lazarus, also selbst wenn ich mal wen down kriege Dann kommt Lazarus, so nah heul Ist das geil Dann habt ihr Lennox im Nahkampf gegen mich Und auch noch, äh, hier... Cabot Cabot Lange dich verdanksamer Eigentlich nicht Phil, du fällst noch, verbleibst du Ja, ich bin drin, ich könnte auch schon Können ruhig anfangen, auch ohne Phil sonst Hä? Ach Gott, Alter, wieso muss ich immer Monster, Leute, ey Ja, beschwer die nicht, ich hab heute viermal Monster gespielt, oder? Ey, untereinander Ja, ein Blush gewonnen, ey Du musst gar nicht erst anfangen Eigentlich ist das echt schon gewonnen, ey Oh Gott, ey Das wird so hardcore Für uns ist das auf jeden Fall gewonnen, das stimmt Also, für mich ist immer noch 50-50, ey Grands, ey Nee Grands ist das BM auch nicht so so Wenn jetzt nicht mehr solche Game-Breaking-Bucks kommen Ja, okay, aber dann wird die Wette ja eh nicht gewertet Ja, das wird einem Gegen dich als Kraken wäre das mal interessant So ein OP-Team gegen Kraken, gegen dich als Kraken Ja, aber dann wäre Lennox wieder weniger effektiv Ja, das stimmt Das ist richtig, da haut Lennox nicht genug aus Wobei, wenn du fliegst und ich dich irgendwie erwischen kann Und du das nicht mitkriegst Naja, das wäre aber Das ist aber schwer, das ist echt schwer Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du so lange genau an der Stelle bleiben kannst Ja, du musst ja nicht genau an der Stelle bleiben Ja, aber so weiter die einen Damage rückt jetzt ja auch wieder das Ding weg Nee, sobald du dich wegschleudert, glaub ich war's Nee, sobald du Schaden kriegst Ja, sobald du Schaden kriegst Na gut, Leute Das ist viel Spaß, ne? Viel Spaß, ne? Seid zärtlich Oh Gott, Leute, die werden mich so rapen Das wird so weh tun Oh Gott Ich brauch den Korken heute Wir nehmen den Elite-Skin, Leute Zumindest, dass wir optisch dagegen halten können Ich werde Schnappzunge, Steinwald und den Riss nehmen Und ich werde hoffen, dass die Erbarment mehr haben Oh mein Gott Du musst das positiv sehen Sie haben keine aktive Heilung Da hast du recht, Sniperino Aber das Team ist echt gut, Mann Lennox und Cabot gegen den Behemoth im Nahkampf Alter, das ist richtig auf die Fresse Und dann auch noch Lazarus Ich muss erst Lazarus fertig machen Also, erst auf Phil Erst auf Phil Okay, ich schließe die Wetten, Leute Oh, oh, ich wollte grad schon Bad End machen Das wäre nicht so gut gewesen Wetten schließen Wetten sind geschlossen Oh, drückt mir die Daumen Aber es sind ja nur 14,8% Für mich Leute, ihr Verräter Da bin ich gespannt Alter, ich mach's jetzt für die 14% Oder 15%, die auf mich gesetzt haben Einmal in den Chat schreiben, wer an mich geglaubt hat, ja Alter, scheiße, Mann Okay, okay, okay Die kennen halt meine scheiß Taktik Die kennen halt meine scheiß Taktik Deswegen machen wir es ein bisschen anders Passt auf Als Behemoth schleichen, ey Granz, du bist auch ne Oberpfeife Aber ich muss mal was riskieren So Einzigen Nachteil, den sie in meinen Augen haben Ist, dass sie Ape haben Mit Ape Cheers, man Logic Für die Vaseline Nicht verkrampfen, kleines Mädchen, okay Ich werd's probieren Oh Gott, ey Es wird wehtun Warum Nein, wie unfair Wie unfair, dass jetzt auch noch die Vögel aufgeschreckt werden Das ist doch scheiße Ein paar mehr hier Auf jeden Fall, vielen Dank, Logic Für deinen Support Vielen Dank für deine Unterstützung Ich habe keinen Blick Ich habe keinen Blick Ich sehe mich rohhhlin Oh! Blackhawk den ersten Strike geben Aber, ja, die haben ja Lazarus Oh, scheiße, voll vergessen Okay, das war aber schon mal sehr wichtig Ich weiß, der kriegt keinen Strike, bla bla bla, aber was soll ich denn machen? Soll ich jetzt weiter gegen die kämpfen? Garantiert nicht, ich muss abhauen jetzt Ich muss es jetzt probieren abzuhauen Ich muss schnell evolven Wenn wir evolven Der könnte mich noch am Arsch lenken Ach, Kevin kann da ja durchballern auch noch Okay, ich kann jetzt schon evolven Fähigkeits, schnellere Fähigkeiten Nimm das, das brauch ich, das brauch ich! Okay, Leute, ich mach jetzt mal nen Sheep-Trick Ich muss wissen, wo die lang gehen Ich warte eben, dass meine Dinge sich auflädt Und dann muss ich hier wegrollen Und ich bin dann mal weg Sie haben sich aufgeteilt Und wir haben es geschafft Am Trapper vorbeizukommen Sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut Okay, Leute, ich hau jetzt ab Was? Ehrlich? Ist er jetzt schon wieder hinter mir? Da ist Abe Mal schauen, ob Abe umdreht Nein Macht er nicht Ciao Fuck, ey, das ist doch nicht wahr Ich bin immer noch Stufe 1 In der Theorie könnte ich halt evolven In der Praxis sieht das halt aber nicht so aus Ja, wenn sie mich jetzt hier kriegen Wäre nicht so schlimm Okay, da kommen sie Kein blassen Schimmer, wo sie sind Aber sie scheinbar auch nicht, wo ich bin Das ist doch so unlogisch Alter, safe und du guckst auf den Stream, Junge Oh, das ist doch Ich glaube, ich muss jetzt gleich mich zum ersten Kampf stellen Leider Ja, muss ich auch Oh, warte Das ist doch der Blackhawk Ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst Jungs, was macht ihr denn da? Blackhawk, komm her ihr Zwei Leute down Okay Aber Lazarus hebt halt jetzt gerade wieder munter auf Okay, das war eigentlich richtig schön von uns Das war richtig schön von uns Da haben wir die richtig down gekriegt Ey, dafür, dass wir Stufe 1 sind Dürft ihr nicht vergessen, Mann Dafür, dass wir Stufe 1 waren Kann sich sehen lassen Ich riskiere es jetzt hier zu evolven Eigentlich haben wir es ganz gut gemacht gerade Lavabombe, Riss Steinwald würde ich gerne noch mal einen höher bauen Yooo I show up Nice one Evolven ohne Schaden zu nehmen Das ist gut Das ist sehr, sehr gut Schadensbonus Ich fress ihn auf Auch wenn die mich jetzt kriegen Der muss aufgefressen werden Damit die den Buff nicht auch kriegen Ich könnte schon fast riskieren zu kämpfen Bin ehrlich am überlegen, ob ich es riskieren soll Okay Okay, tschau Leute Okay, ich gehe jetzt hier lang Weil ich möchte, dass die ihr Jetpack ein bisschen aufbrachen Und hier unten gibt es Free Food Ich könnte mir das andere Free Food auch noch holen Also, ich muss eins sagen Im Hinterherrennen sind sie echt gut Das Kämpfen haben die jetzt zweimal Nicht so geil gemacht Und ich war Stufe 1 Darf man nicht vergessen So, guck mal Jetzt kommt Black Hawk Oh, mit mir Und wir rollen weiter So Jetzt bin ich am überlegen Wo wir kämpfen Vielleicht wieder da hinten Ich will jetzt einen Kampf initiieren Gegen die Und hier ist eigentlich auch immer nice zu kämpfen Das ist schön schmal Ich könnte auch Evolven Aber ich Evolve, glaube ich, in der Nähe des Diamants Da kommt Lennox allein Und da ist Phil Ne, das ist Funky Achso Haben sie gut aufgeteilt eigentlich Ich kämpfe auf jeden Fall nicht Wenn Dingens sein Schild aktivierte Das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn Komm Ja, den haben wir Und Funky habe ich auch noch Das muss es jetzt eigentlich sein Ich glaube, wir gewinnen Support tot Okay, beide tot Die fresse ich Jo, wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Wenn die jetzt nicht fliehen Haben wir gewonnen Phil will abhauen Ich sehe dich noch, Phil Du hast deinen Jetpack gezündet Wo ist er? Scheiße Da ist er Phil Du sollst einen Strike kriegen Weil du Lazarus bist Okay, Leute Wir machen es anders Ich evolve Auch wenn er Lazarus aufhebt Hat Lazarus jetzt einen Strike Drei Leute haben Strike trotz Lazarus Nice one Wir haben noch nicht gewonnen Wir haben noch nicht gewonnen Freunde Medik ist tot Geil Wie lange haben sie noch? Da hat das Damage-Ding uns echt was gebracht Man 15% mehr Schaden Wie schnell wir die Down hatten So Ich würde die Rüstung halt gerne hochziehen Jetzt Oh nice Das ist aber nur Geschwindigkeit Obwohl Ist auch nicht schlecht Als Als Typ Hier Okay Dann gehen wir jetzt zum Relay Boah Wir haben noch nicht mal eine halbe Dingens verloren Bisher Krass Dass wir so gut gespielt haben Noch ist es nicht gewonnen Noch ist es nicht gewonnen Wir müssen erstmal jetzt hier Oh guck mal der arme Funky Da kommt Safer Ich will so tun Ich will dass sie jetzt Ihn Dingens opfern Und da kommt Phil Hab schon gesehen Dass du hinter mir bist Safer Das glaub mal Und wir haben Safer Down Nein was Oh Gott Aber jetzt Na komm her Black Hawk Hilfe Irgendjemand Ne 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 Der ist nicht wieder am Leben Phil Oh Das ist jetzt aber doof gelaufen War Phil Down Ich hänge Na Black Hawk Du hebst dir niemanden auf Toll Was Okay, das war's. Er kann sich noch unsichtbar machen. Hey Funky, bleib mal hier. Och man. Und. Oh, Funky sichthart im Nehmen, ey. Die sind jetzt echt schon wieder gekommen. Wie kommen die denn? Hey Jungs! Phil, komm mal hier, hier. Habt ihr das gesehen? Ja. So, Blackhawk jetzt. Der kann sich immer nicht unsichtbar machen, der Bob, ey. Ja, flieg mal, Bob. Und jetzt haben wir ihn aber, oder? Das ist nicht euer Ernst! Jetzt trifft die Zunge wieder nicht! Ja, geht doch. Ach, Alter, die Nervensägen, ey. Nicht schlecht! Ihr Nervensägen, ey. Nicht schlecht! Aber, Garant, das Problem war eigentlich jetzt wirklich bei uns, dass wir uns dauerhaft aufgeteilt haben. Ja, das stimmt. Wir haben dauernd zu zweit mindestens. Und das ist der höchste. Jetzt bin ich mal gespannt, wer hier richtig absahnt, ey. Ich auch. Und hier hätte wir... Oh, geht sogar! 674 für Silberdrache. Also, kann es sein, dass...